Die Dr. Junghans Medical GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen und gehört deutschlandweit zu den führenden Herstellern von medizinischen Hilfsmitteln und Verbrauchsmaterialien. Gegründet wurde die Firma 1919 als textiles Handelsunternehmen durch Kurt Junghans, den Großvater des heutigen Geschäftsführers Dr. Roland Junghans. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Bad Lausig, einem kleinen, verträumten Städtchen in Sachsen. Gerade einmal 8000 Menschen leben hier. Wie schon sein Großvater ist Geschäftsführer Dr. Roland Junghans eng verwurzelt mit der Stadt und der Region südlich von Leipzig. Hier schlägt das Herz der Firma. Längst aber hat sich das Unternehmen weltweit einen Namen gemacht. Die Dr. Junghans Medical GmbH ist ein traditionsreiches Familienunternehmen. Der Inhaber und Geschäftsführer Dr. Roland Junghans leitet diese Firma seit vielen Jahren mit Hingabe und Begeisterung. Deutschlandweit beliefern wir Apotheken, Sanitätshäuser und den pharmazeutischen Großhandel. Im Export sind wir europaweit und in der Welt bis hin nach Neuseeland tätig. Unser Credo und unsere Firmenphilosophie. Qualitätsprodukte made in Germany aus dem Hause Dr. Junghans. Bis ein fertiger Artikel unser Haus verlässt, sind verschiedene Herstellungsprozesse an diversen Produktionsstätten nötig. Dazu gehört unter anderem unsere modern ausgestattete Näherei. Dort arbeiten unsere Mitarbeiterinnen auf ca. 350 Quadratmetern an speziellen Industrienähmaschinen. In dieser Abteilung werden Stoffe bzw. Rohmaterialien zugeschnitten, ausgestanzt, mit Siebdrucken veredelt und schließlich vernäht. Mehr als 30 eigene Spritzgusswerkzeuge, die von der Dr. Junghans Medical GmbH in den letzten Jahren gebaut wurden, erlauben die Produktion einer Vielzahl von medizinischen Kunststoffartikeln. Dabei können wir schnell und unkompliziert sämtliche Kundenwünsche nach Größe, Farbe und sehr kleinen, aber auch sehr großen Stückzahlen erfüllen. Viele unserer Wettbewerber importieren ihre Ware aus Asien. Dabei kommt es häufig zu Lieferengpässen und auch Qualitätsproblemen. Aus diesem Grund stellen wir in Deutschland her. Der Einkauf des Rohmaterials bis hin zur Verschickung der fertigen Ware erfolgt durch unsere eigenen Mitarbeiter. Durch diese Eigenproduktion sind wir auch sehr flexibel. Wir können alle Produkte in allen gewünschten Farben herstellen. Circa 2000 Produkte gehören zu unserem Sortiment. Vom Kirschkernkissen bis zum Tablettenteiler. Und natürlich zählen unsere Produkte zum Standardrepertoire vieler Sanitätshäuser und Apotheken. Wir arbeiten seit Jahren sehr erfolgreich mit der Firma Dr. Junghans zusammen. Bei Fragen zu Produkten stehen uns die Mitarbeiter immer zur Verfügung. Und die große Produktpalette deckt die Bedürfnisse unserer Kunden voll ab. Das ist schön für uns. Wir haben alles aus einer Hand. Und das macht uns sehr zufrieden. Wir von der Dr. Junghans Medical GmbH sind bestrebt, unser Sortiment stetig zu erweitern und zu entwickeln. Das ist unsere Devise. Ich möchte meinen Mitarbeitern recht herzlich danken, die Jahrzehnte schon mit mir gemeinsam im Betrieb aufgebaut haben. Und wir wollen weiterhin in guter Kollegialität die Aufgaben des Tages erledigen. Und Dr. Junghans soll eine Firma weiterbleiben der Zuverlässigkeit in Qualität und Innovation. Und Dr. Junghans soll eine Firma weiterbleiben der Zuverlässigkeit in Qualität der Zuverlässigkeit in Qualität der Zuverlässigkeit in Qualität.